So, Lümmelorf-Scam, erste A-Finale, 17-5, die üblichen Verdächtigen, moin. Oh ja, Herr Behrens, hundertprozentig. Nein, er hat gefragt, dass du da bist. Ja, er hat aber nach Lenny gefragt. Nach Lenny habe ich gefragt, genau. Der Lenny und Lenny? Den Clubmann von ... Das war das, was ich da abwollte. Oh, Elbe! Oh! Zack, 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 zack! Der Mike macht so ein bisschen mit. Können wir dementsprechend starten. Die Fahrzeuge ... Achtung, Helfer, Achtung, wir starten in der nächsten 10 Sekunden. Start! Hallo! Ja ... Die müssen aber auch nicht spüren. Hallo, gut. Entschuldigung, der Fahrer. Ja, das ist so viel, ja. Die haben hier die Jürgen schon reingeschoben, Marco, Vildo, Jan. Die beiden Zellen setzen sich gleich ab. Hier kommt der 3, Marco dann ist hier. Dietmar, Vildo, Jan. Fahrzeit, absegered, hier gibt es die 10 Sekunden. Wenn wir das einfangen müssen, dann ist es in der Slavik. Das ist dann ein zurück. So. 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 Vielen Dank. Wir haben jetzt zwei Minuten hier zu fahren. Wir haben jetzt noch 20 Minuten 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 zu fahren. Wir haben jetzt noch 30 Minuten zu fahren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier wird es in 8.30 Uhr und wird es in 3.30 Uhr gehen. Aber wir spielen jetzt mit 1.30 Uhr. Das ist doch super. Das ist doch so. 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 Der Kabelung ist angebrochen, auf der 3, der Marco und der Külpilow, das geht mal gut, sehr gerne. Der Kabelung ist ein bisschen weit, ihr seht, dass die Gare kommt, zu zwei Sekunden noch, die Führung für den Filter, wir kommen von § 8, Delta 32. 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2